Sport tut einem einfach gut Es gibt ja auch mehr Energie für den Tag Es ist dieses Paradoxon, ne? Du denkst, wenn du Sport machst, fehlt dir die Energie, weil du investierst halt für Sportenergie Aber der Körper denkt sich so, alter, der Junge braucht mehr Energie Dann geben wir ihm mehr Energie Und dann kannst du sowohl Sport machen, als auch viele andere Sachen machen, weil du sowohl die Motivation, als auch die Energie dafür hast Prote über Aufstehen der Liste ans Ende setzen Was?! Das kam gerade aus dem Nichts Ich bin gerade... 762, Alter, knacks mein Stuhl, hört ihr das? Ne nice Ne, das war ne nice Reaction, Alter, ich war so komplett im Thema drin und plötzlich seh ich einfach, der ist rot Der hat einfach die Farben, Leute Das ist perfekt Es ist perfekt Ich liebe mein Leben Leute, wir haben noch so viele Eier, sagt mir noch ein Shiny Nein, ich bin gerade, das ist eklig, Leute, machen wir das, sagen wir sowas nicht, bitte Vollerei ist die Fähigkeit, das soll zu Adrenalin werden Leute, das heißt, wir haben ein neues weiteres Shiny, es ist leider nicht perfekt 1DV ist falsch Aber sonst ist alles, alles nice, Leute, wir haben unser Shiny Ich bin gerade einfach nur ein bisschen buff, so aus dem Nichts, das kam halt gerade aus dem Nichts So, so Ich habe halt null damit gerechnet Ich meine, natürlich kann man nie bei einem Shiny damit rechnen, das ist klar Aber es kam halt trotzdem so Unerwartet, wenn ihr wisst, was ich meine Ah, wir haben es, wir haben es, wir haben es, ich bin gerade sehr glücklich Leute, 762, neuer Rekord für Shiny Pokémon Hat jetzt ein bisschen gebraucht, ne Aber nehmen wir auf jeden Fall Ich bin jetzt bei 277 Stunden Shiny Zickzacks, Alter, das tut weh Aber, wir haben jetzt Wir haben jetzt Shiny Zickzacks und entwickeln das weiter zu Shiny Geradacks Let's go, Leute Schaut es euch an, Alter, das hat was Den mag ich tatsächlich Den mag ich sehr, okay, Nachthieb Nehmen wir auf jeden Fall, aber, ja, das finde ich, finde ich sick Den, den sehe ich auf jeden Fall, den sehe ich Der Hat ein nices Design So, jetzt machen wir das gleiche nochmal Und zwar Entwickeln wir es jetzt zu Barrikadacks weiter Sehr hübsche Entwicklungsreihe auf jeden Fall Definitiv So, schauen wir uns jetzt nochmal Unser nices Shiny Barrikadacks im Kampf an Der sieht schon sick aus Der sieht sick aus Noch einen nicen Abschlag Bönern wir die Sifflon weg Leute, wir haben es, wir haben es, wir haben es Ich bin ein glücklicher junger Mann Nice